In der Ecke ist nämlich nur eins. So, Hallöchen Straße. Was geht denn wieder, weil wo ich auch hingehöre, dem Auto? Ah, jetzt aber wieder schön rutschig Asphalt. Da haben wir ja vorhin am Anfang gesehen, dass die Kiste sehr, sehr slippy ist. Und wirklich sehr viel am durchrutschen ist, aber ist ja gar nicht nur so schlecht auf jeden Fall. 400 Meter Nachricht.